Ich bin Maria von Curse Sports in Magdeburg. Für euch Heiratswilligen haben für euren Junggesellenabschied auch ein kleines Programm. Entweder könnt ihr euch an der Stange austoben oder am Hub. Zweieinhalb Stunden habt ihr Zeit mit der Trainerin eine kleine Feier für euch und eure Freundinnen hier zu veranstalten. Dafür haben wir Sekt kaltgestellt und natürlich auch ein paar Leckereien. Finden tut ihr uns unter Heiraten in Magdeburg unter der Verlinkung Junggesellenabschied. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF für funk, 2017